Herr de Reuter, Sie sind der Mann, der unsere Flotte führen soll. Regeln gegen den Winzer, da sind gesetzt! Du bist der Prinz von Oranje. Ganz Niederlande liebt dich. Würde es euch gefallen, wenn ich euch zum König der Niederlande ernenne? Ihr erwartet doch nicht ernsthaft, dass ich mein Land verrate. Wir müssen zusammenhalten. Ich will der König von allen Niederländer werden. Mit so etwas hat Kaller gerechnet. Feuer! Der Reuter hat uns in eine Falle gelockt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Engländer endlich ruhen. Es geht nicht um die Frage des Glaubens oder die Farben der Flagge. Es geht um uns, Wilhelm. Schneller! Schneller! Nachladen und weiterfeuern! Sahagin! Sie sollten sich da raushalten! Ich werde aussagen! Ich sorge dafür, dass wir als Familie eine sichere Zukunft haben. Ich glaube, nicht nur noches. Ich bin mir nicht mehr für die Glaubens anerländische Glauben. Schauen Sie sich doch mal an, wie Sie sind. Ich werde es in deración machen. Ich werde es in derzeit. Ausgleiche zu werden. Wir sind nicht mehr für die Glaubens anerländische Glauben. Sie sollen sich nicht mehr für die Glaubensinie. Ich werde es auf den Glauben. Ich werde es in der Glaubensinie. Vielen Dank.